Die Welt kennt sie als berühmte Schauspielerin. Jetzt beschäftigt sich eine Ausstellung in Brüssel mit dem Privatmenschen Audrey Hepburn. Euronews bekommt eine exklusive Führung durch die Räume von ihrem Sohn. Wir sind in der Galerie Wanderbord in Brüssel. Nebenan sind die Galerien der Königin und des Königs. Wir haben diese Ausstellung hier eingerichtet, weil meine Mutter in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre. Sie wurde hier in Brüssel geboren, in einem Stadtteil mit dem Namen Ixel. Deshalb fühlt es sich richtig an, das hier zu machen. Die Ausstellung zeigt hunderte private Fotos sowie einige Erinnerungsstücke aus Filmen. Auf diese Weise kommt sie als Frau, Kind, Ehefrau und Freundin zurück in ihre Heimat nach Brüssel. Hepburn widmete die letzten fünf Jahre ihres Lebens den Kindern. Sie wurde Botschafterin für UNICEF und reiste in zahlreiche Krisengebiete. Nach dem Zweiten Weltkrieg hätte sie sich Konzentrationslager für Nazis gewünscht, sagt ihr Sohn. 30 Jahre später war sie in einem Lager in Somalia, wo 30.000 Menschen auf den Tod warteten. Sie wurde unglaublich wütend. Für ihren Sohn ist die Ausstellung mehr als ein Kulturevent, sie ist Teil von ihm. Meine Mutter starb am 20. Januar 1993. Ich hatte ein wunderbares Verhältnis zu ihr. Sie war eine großartige Mutter. Wir hatten gute und schlechte Zeiten zusammen und dann habe ich sie verloren. Sie ist aber weiter Teil meines Lebens. Deshalb habe ich diese Ausstellung zusammengestellt, um einen bestimmten Teil ihres Lebens zu zeigen. Sie ist weiter bei mir bis zu dem Punkt, dass ich manchmal sogar ihre Filmmusik höre, was mich dann ein wenig verrückt macht. Die Ausstellung in Brüssel läuft noch bis zum 25. August.